In C++ ist es möglich, mehrere Funktionen mit demselben Namen, aber mit anderen Übergabewerten zu haben. Dies nennt man Function Overloading. Operatoren wie Plus oder Minus sind auch Funktionen. Daher kann man in C++ auch Operatoren überladen. Dieses Operator Overloading erlaubt es uns, eigene Datentypen zu erstellen, welche wie primitive Datentypen mit Plus, Minus oder anderen Operatoren verrechnet werden können. Hier haben wir ein Beispiel, wie Function Overloading aussehen könnte. Und zwar haben wir dreimal die Funktion hoi mit demselben Namen, aber wir haben verschiedene Übergabewerte. Und zwar haben wir beim ersten Mal gar keinen Übergabewert, beim zweiten Mal irgendein Integer und beim dritten Mal einen String. Jetzt kann man in der Main-Funktion kann man zum Beispiel einmal hoi ohne Übergabewert aufrufen. Der Output wäre dann hoi. Dann wenn man hoi mit einer Zahl aufruft, dann merkt das Programm automatisch okay, es gibt einen Übergabewert und dieser Übergabewert ist vom Typ Integer. Das heisst, es wird dieses hoi hier aufrufen. Das heisst, der Output wäre hier noch einmal hoi. Dann beim dritten haben wir hoi mit zwei. Das heisst, das wäre hoi zusammen. Und dann beim dritten haben wir hier einen String als Übergabewert. Das heisst, das Programm merkt automatisch, okay, der Übergabewert ist ein String. Das heisst, wir müssen jetzt diese Funktion hier aufrufen. Das heisst, das würde hoi Julia geben. Das heisst, solange sich die Übergabewerte unterscheiden, ist es möglich, so viele Funktionen mit demselben Namen zu haben, wie man möchte. Okay, jetzt für das Operator-Overloading schauen wir uns ein Beispiel an mit unserem eigenen Struct. Und zwar habe ich ein Struct für ein Vektor im dreidimensionalen Koordinatensystem. Das heisst, wir haben irgendwie irgendein Koordinatensystem mit z, y, x. Und jetzt unser Vektor ist irgendwie irgendein Pfeil da drin, der eine bestimmte z, x und y Wert hat. Und wir möchten jetzt mit diesem Struct normal rechnen können, wie wenn es auch irgendwie einen normalen primitiven Datentyp wäre. Das heisst, das erste, was wir überladen, ist die Addition. Jetzt um irgendeinen Operator zu überladen, kann man dann einfach eine Funktion schreiben und der Funktionsname muss Operator sein und danach hier den Operator, den wir überladen möchten. Das heisst, hier schreiben wir ein Plus, weil wir die Addition überladen möchten. Der Rest ist eigentlich normal wie bei anderen Funktionen auch. Also haben wir hier den Rückgabewert. Da wir, wenn wir zwei Vektoren addieren, immer noch einen Vektor bekommen, sollte dieser auch wieder auch vom Typ Vekt sein. Dann als Übergabewerte haben wir die beiden Summanden. Hier haben wir den linken Summand und hier haben wir den rechten Summand. Das LHS steht für Left Hand Side und das RHS steht für Right Hand Side. Man könnte aber natürlich auch irgendeinen anderen Namen nehmen. Jetzt, was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass wir hier als Datentyp eine Referenz haben und eine Konstante. Wir nehmen eine Referenz, damit wir diesen Vektor nicht jedes Mal kopieren müssen. Sonst müssen wir immer alle diese drei Doubles rüber kopieren und wieder zurück. Das heisst, wir nehmen es einfach als Referenz, damit keine Kopie nötig ist. Damit wir aber auch sicher sind, dass es dann nicht verändert wird, nehmen wir es auch noch als eine Konstante. Das heisst, durch das es hier konstant ist, aber trotzdem eine Referenz, müssen wir es nicht kopieren, aber es wird auch sicher nicht verändert. Es ist also keine Kopie nötig und die Summanden bleiben trotzdem unverändert. Jetzt, die Berechnung ist ziemlich straightforward. Wir definieren einfach den Output Vektor und dann ist der x-Komponent ist einfach die Summe von beiden x-Komponenten, y Summe von beiden y und beim z dasselbe und wir werden dann das zurückgeben. Dann möchten wir auch den Output Operator überladen. Das heisst, wir haben jetzt hier, wir überladen. Dies ermöglicht es uns nachher, den Vektor wie eine normale Zahl auch einfach auszugeben. Wenn man den Output Operator überladen möchte, muss man als linkes Funktionsargument, den Outstream mitgeben. Also hier haben wir Out. Ihr seht, dieser Outstream ist vom Typ O-Stream, Standard O-Stream. Das ist einfach irgendein beliebiger Outstream, wie zum Beispiel das Standard C-Out, was ihr erkennt. Und dann übergeben wir natürlich auch noch den Vektor, den wir darstellen wollen. Jetzt seht ihr, der Outstream haben wir als Referenz übergeben. Und zwar ist die Referenz hier nötig, weil Streams im Allgemeinen gar nicht kopiert werden können. Das heisst, es muss so oder so eine Referenz sein. Und beim Vektor, den wir darstellen wollen, haben wir wieder eine Konstante und eine Referenz wie bei der Addition vorhin. Was wir jetzt machen, ist, wir verwenden diesen Outstream, den wir haben, wie das normale Sender C-Out, oder was auch immer, und geben dann mit dem unsere Werte zurück. Das heisst, wir wollen jetzt hier zum Beispiel den Vektor 1, 2, 3 so darstellen, 1, 2, 3. Das heisst, wir geben hier zuerst die Klammer auf, zurück, dann die x-Komponente, eine Komma, y-Komponente, Komma, z-Komponente und dann die Klammer zu. Das heisst, wir können das Out, das wir hier bekommen, eigentlich wie das normale Sender C-Out verwenden und so einfach unsere Werte über diesen beliebigen Stream, den wir hier bekommen, ausgeben. Und jetzt am Schluss geben wir hier den Outstream zurück. Jetzt, warum müssen wir hier den Outstream zurückgeben? Das ist nötig, damit man mehrere Werte nacheinander anzeigen kann. Also könnte man jetzt zum Beispiel wenn man wenn wir jetzt zum Beispiel zwei Vektoren, VEG1 und VEG2 haben und diese nacheinander ausgeben möchten, dann würde zuerst das hier links ausgeführt werden, das heisst, wir haben jetzt hier wird diese Funktion aufgerufen mit Sender C-Out als der Outstream und VEG1 als unser Vektor. Dann wird hier diese ganze Ausgabe gemacht und nachher wird hier der Outstream wieder zurückgegeben. Das heisst, das ganze Ding hier wird eigentlich evaluiert, das wird dann aufgefressen, evaluiert und weil wir hier den Outstream zurückgeben, bis dann das Resultat von dem Ausgeben vom ersten wieder dieser Outstream. Das heisst, wir können dann mit diesem Outstream noch den nächsten Vektor auslesen. Das heisst, wenn wir jetzt hier Standard C-Out, VEG1, VEG2 machen würden, dann würde hier zuerst dieses Standard C-Out hier zu Out werden und diese VEG1 würde zum Vektor werden, dann würde das hier ausgeben werden und der Return-Wert von dem Ganzen wäre dann wieder dieses Out hier. Das heisst, der Return-Wert von dem wäre dann wieder Standard C-Out und dann können wir mit diesem nachher noch den zweiten Vektor, den wir haben, auch noch einlesen. Das heisst, es ist wichtig, dass wir hier immer den Ausstream zurückgeben, damit wir nachher auch noch die nächsten Dinge, die auf die Zahl noch kommen können, ausgeben können. Jetzt das Einlesen ist eigentlich fast das gleiche wie beim Auslesen. Ihr habt hier einen bestimmten In-Stream. Das kann irgendein beliebiger In-Stream sein, aber was ihr wahrscheinlich am besten kennt, ist dieses Standard C-In, mit dem ihr einfach von der Konsole irgendetwas einlesen könnt. Dann habt ihr hier wieder den Vektor. Da der Vektor jetzt verändert werden wird, müssen wir ihn als Referenz übergeben und er darf nicht mehr konstant bleiben, weil wir möchten ja jetzt diesen Vektor einlesen, also wir möchten dort diesen Vektor verändern und dort die Zahlen einlesen. Das heisst, weil dieser Vektor verändert werden soll, sollte hier eine Referenz sein. Und jetzt beim Einlesen seht ihr, haben wir hier irgendeinen komischen Charakter C und lesen dann die ganze Zeit auch noch irgendeinen Charakter ein. Warum müssen wir das machen? Das C ist eigentlich einfach so ein Wegwerf-Charakter, den wir brauchen, um alle unsere Satzzeichen, die wir zwischen unserem Vektor haben, einzulesen. Was heisst das, wenn ihr zum Beispiel den Vektor 1, 2,5 oder 3 einlesen möchten, dann sind wir nur an diesen Zahlen interessiert und all diese Kommas und so wollen wir nicht einlesen. Das heisst, wenn wir jetzt das einlesen würden, würden wir zuerst irgendeinen Charakter C einlesen, das heisst, würden wir zuerst diese Klammer einlesen und hätten wir C ist gleich die Klammer, die aufgeht. Dann würden wir wegx einlesen, das heisst weg.x würde dann diese 1 hier sein. Dann überschreiben wir unser C, das wir vorhin gehabt haben, wieder mit dem Komma, das wir hier einlesen. Das heisst, wir lesen das Komma und überschreiben das C. Dann können wir den Y-Wert einlesen. Dann haben wir das hier alles eingelesen. Dann können wir wieder das C überschreiben, das heisst, dann wird dieses Komma überschrieben und mit einem neuen Komma ersetzt. Das hier wird weg eingelesen. Dann können wir noch das Z einlesen, dann weg.z equals 3. Jetzt haben wir das weggelesen und dann am Schluss müssen wir noch die schliessende Klammer auch noch einlesen. Das heisst, hier haben wir noch einmal, ein letztes Mal, das C, was wir einlesen. Das heisst, so wird überall hier das C verwendet, um alle Satzzeichen, die wir noch dazwischen haben, einzulesen, damit wir in unserem Vektor nachher nur noch wirklich die Zahlen haben, die wir wollen. Gut, und jetzt kommt das Schöne, nachdem wir alle diese Operatoren geschrieben haben, können wir jetzt unsere Früchte ernten und wir können jetzt in unserem Main-Programm ganz elegant, ohne viel Code, einfach unsere Vektoren initialisieren. Dann können wir die Vektoren mit Standard C einlesen, also der User kann dann die Vektoren weg eingeben. Wir können diese direkt addieren, mit der Addition, die wir definiert haben, und das Resultat auch ohne irgendeine Zusatzfunktion direkt wieder mit Standard Cout ausgeben. Das heisst, wenn wir jetzt als Input, wenn der User als Input einfach drei Vektoren so nach unserer Vektorformatierung eingeben würde, dann würde das nachher diese Vektoren nehmen, das summieren, und würde dann korrekt auch das Resultat 2, 4,5 und 6,5 zurückgeben.